Dann sind ganz kurze Fragen mit vier Anfahrtmöglichkeiten und Sie müssen raten in welchem Land das zutrifft. USA. Ja, USA fix. Also in dem Fall würde ich am ehesten an den USA glauben. In Österreich wäre es so lächerlich, dass ich es doch nicht, dass ich es nicht glauben will. Ja, ich würde vermuten, dass es alle sind, weil ich bin äußerst skeptisch, aber ich weiß es nicht. Fernsehsender, Redaktionsgeheimnis, das ist schon was. Also wenn wir jetzt bei der Millionenschau waren, die ja einen Fifty-Fifty-Joker brauchen. Logischerweise Österreich und wahrscheinlich auch USA ähnlich gelagert. Ein Recht auf Meinungsfreiheit, von dem her dürfte eigentlich zu heutigen Tage der Staat nicht in die Rechte der Journalisten eingreifen. Von dem her würde ich eher sagen, zur Nazi-Zeit und DDR vor der Wende. USA. Deutschland, Deutschland auch. USA. Ich glaube, dass es die USA sind und nach diesem Gesetzwandel kommt Österreich auch. USA, würde ich sagen. Jetzt auf den heutigen, äh, die USA, würde ich sagen. Ich würde sagen alle. DDR und... Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube Amerika, oder? Ich glaube die DDR. 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 Es hat die DDR mit absoluter Sicherheit das, die Nazis hatten das, USA hat es immer noch und Österreich hat auch so faul Leute, hundertprozentig. Also ganz sicher in beiden deutschen Fällen, sonst könnte ich es nicht mit Gewissheit natürlich gar nicht sagen. What? Nichts sagen. USA. Ich fürchte ja. Auch in Österreich. Ja, leider, leider ist die richtige Antwort immer Österreich. Na? Doch. Hör auf. Das gibt's ja nicht. Also wenn das Staatsschutzgesetz jetzt nächste Woche im Parlament beschlossen wird, dann ist die richtige Antwort D, Österreich. Bravo. Okay, also da haben wir in der Schule ein bisschen zu wenig gelernt. Ich dachte immer so, Österreich würde das irgendwie so überhaupt nicht machen. Ja, das dachten wir auch. Wundert mich. Also bisher wird meiner Meinung nach ja fast gegen die Grundfreiheiten eigentlich verstoßen, oder nicht? Echt, oder was? Bin jetzt verblüfft. Bin jetzt negativ überrascht. Oh mein Gott, ist mich so kontrollsichtig. Ja, viel Erfolg im Kampf dagegen. Ich mach mit. Ich mach mit. Also camera. Ich mach mit. Ich mach mit. Mir Estábaraig ist eine sehr interessante Zeit. darkest und bestimmt in einem Welt baj. Wo ist der Nacht? Verbmutzung 11れて metres dormstenglose. Und auch immer mit der Nägrenze Platz.